Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meiner Abendroutine am Wochenende. Ich dachte, ich zeige euch mal, was ich kosmetiktechnisch so mache, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und ich fange natürlich mit dem an, was ich normalerweise auch immer mache. Ich entferne mein Make-up und ich fange mit den Augen an. Das ist jetzt der wasserfeste Augen-Make-up Entferner aus dem Body Shop aus der Kamille Serie. Ich finde den total sanft, der entfernt richtig gründlich und ich benutze ihn nicht nur für die Augen, sondern auch für die Lippen. Da ist der auch wirklich super. Und um dann so den Großteil von meinem restlichen Make-up zu entfernen, benutze ich im Moment total gerne die Reinigungstücher von Rossmann. Die sind richtig günstig, kosten ungefähr einen Euro. Es sind 25 Stück drin. Und ich finde die dafür, dass das Reinigungstücher sind, total gründlich und ich benutze sie wirklich unheimlich gerne. Als nächstes seht ihr hier noch den Clinique Take the Day of Make-up Entferner. Das ist ein ganz tolles Balsam zum Entfernen von wirklich so den allerletzten Rückständen von Make-up. Es ist sehr ergiebig, man braucht also nicht viel von dem Produkt und man massiert es einfach so in die trockene Haut ein, spült es dann mit Wasser ab und ich schwöre euch, es wird kein bisschen Make-up mehr auf eurem Gesicht übrig bleiben. Also es ist echt ein tolles Produkt. Danach springe ich unter die Dusche und das sind die Produkte, die ich da benutze. Das ist einmal das Shampoo Seitenglanz mit Feige und Perle von Balea. Außerdem ein Duschgel von Treacle Moon, das ist neu und heißt Iced Strawberry Dream. Und das ist jetzt ein bisschen ungewohnt, aber ich mache es so einmal die Woche total gerne. Das ist so ein Peeling Bimsstein, habe ich bei Rossmann bekommen und naja, den benutze ich zur Fußpflege, wie man an der Form von diesem Ding sehr leicht erkennen kann. Als nächstes benutze ich eine Haarmaske von Aldi. Also ohne Witz, die ist wirklich richtig gut. Kostet zwei, drei Euro und es steht zwar eine Minute Intensivkur drauf, aber ich habe es immer ganz gerne, die Maske richtig gründlich einzuarbeiten und sie danach in so einem Turban so mindestens 15 Minuten einwirken zu lassen. Also ich bilde mir ein, dass sie dann besser pflegt. Und während die Maske jetzt einwirkt, benutze ich ein Öl aus dem Body Shop. Ich creme mich damit komplett ein, das ist das Shea Beautifying Oil, ein Trockenöl, das sehr schnell einzieht, total reichhaltig ist und so zweimal die Woche benutze ich das ganz gerne anstatt Body Lotion. Und weil man am Wochenende ja so ein bisschen mehr Zeit dazu hat, entferne ich jetzt komplett meinen Nagellack und ab und zu ziehe ich jetzt wirklich am Wochenende durch, dass ich meine Nägel komplett unlackiert lasse. Das fällt mir ein bisschen schwer, aber das ist jetzt der zu tonfreie Nagellackentferner von Maybelline und ich glaube, es tut den Nägeln ab und zu echt ganz gut, mal ein paar Tage unlackiert zu sein. Als nächstes haben wir hier eine Gesichtsmaske von Colalie. Das ist immer noch diese Feuchtigkeitscrememaske, also die hält super, super lange für bestimmt 30 Anwendungen und ich finde deshalb lohnt sich auch so der Preis von 20 Euro ungefähr, weil die Maske einfach wieder so ergiebig ist und ihr könnt sie auch auf die Augen auftragen. Sie spendet richtig schön Feuchtigkeit und ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und in der Zwischenzeit bürste ich schon mal meine Haare. Ich weiß, das heißt eigentlich, man sollte nasse oder feuchte Haare halt nicht kämmen, weil die Haare dann so ein bisschen aufgerauter und angreifbarer sind, aber bei mir ist es echt das kleinere Übel, weil wenn ich die Haare trocken kämmen, dann funktioniert das einfach nicht. Also deswegen mache ich es während die Maske oder ein Conditioner auf meinen Haaren drauf ist. Und dann kommen wir zu Augencreme und das ist die Aloe Eye Defense aus dem Body Shop. Ich habe sie gerade neu gekauft. Finde sie jetzt erst einmal so ein bisschen zu wenig reichhaltig, aber ich werde sie jetzt weiter benutzen und dann halt mal sehen, wie sich das so entwickelt. Meine Gesichtscreme kommt von Beleda. Das ist immer noch die Cold Cream. Ich benutze die nur abends, weil sie echt total, naja, eigentlich fettig ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie die Haut gut schützt. Dann kommen wir zur Zahnseide und zum Zähneputzen. Nichts Besonderes, was ich euch da erzählen kann. Und als Lippenpflege benutze ich danach so ein Lip Roll On aus dem Body Shop in der Geruchsrichtung Rose. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das Öl echt total flüssig ist und ich bin eher so daran gewöhnt, festere Konsistenzen auf meinen Lippen zu benutzen. Aber so weit so gut. Also bisher mag ich das Produkt echt ganz gern. Und wenn meine Haarküll dann ausgespült ist, benutze ich noch etwas zur Haarpflege. Und zwar die Feuchtigkeitshaarmilch von Balea. Und die ist so gut. Also ich brauche so vier bis fünf ungefähr von diesen Pumphüben und massiere das Ganze dann richtig gut und auch ordentlich in meine Haare ein. Also ruhig großzügig, weil die jetzt nicht zu fettig oder so ist. Also danke nochmal an all diejenigen, die die Haarmilch empfohlen haben. Als letztes Produkt für heute benutze ich noch eine Handcreme von Florena. Das ist das Handkonzentrat. Riecht richtig klasse und ist so ein bisschen ergiebiger als die Olivenhandcreme von Florena. Also richtig toll. Und das war's dann für heute. Zumindest was Kosmetik angeht. Also ich werde jetzt höchstwahrscheinlich im Bett noch ein paar YouTube-Videos schauen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut! Ciao! 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 Ciao!